Wala von Rockwell Der andere Braune, dieser Große, der gerade von uns weg geht, er ist auch fünf Jahre alt, das ist ein Baller von Herzenstieb. Aus einer Friedenstraum-Mutter, also westfälische Zuglinie, der auch schon ein bisschen als Passage geht und macht schwierige Wechsel, auch bis bei Fendi. Ja, sehr schönes Pferd. Ich glaube, das ist mal einer für die ganz dicke Tour. Nun darf man mal so einen kleinen Eindruck bekommen von diesen Pferden. Beide sind einfach zu reifen. Das erste Mal draußen, jetzt hier nach dem Winter. Da ist immer so geregnet, es ist hart, wie kalt, wie geschneit. Ja, schön. Einmal den Schritt. Lass ihn mal einfach Schritt gehen, Nele. Los, sagst du so. Ja, alle Pferde und diesen Braunen da von Rockwell verspreche ich mir eine ganze Menge. Dieses Pferd brauchte einen Reiter, der so ein klein wenig weiter arbeiten kann. Und dann glaube ich, ist das auch unglaublich. Da sind beide geeignet. Für so ein bisschen. Ja, der Wache steht. Okay. Ja, der ist hier. Okay. Vielen Dank.